Nicht allen Kindern geht es so gut wie uns. Manche sind krank oder allein und auf der anderen Seite der Erde, wie zum Beispiel in Afrika oder in Asien, haben sie nicht mal was zu essen oder ein Dach über dem Kopf. Ein Herz für Kinder kümmert sich um alle Kinder dieser Welt, damit jedes Kind, egal woher es kommt, es genauso gut hat wie wir hier. Deshalb helfen Sie mit.